Sportfight. Wir leben Wrestling. Wie Wrestling News.co berichtet, könnte Keith Lee demnächst als Heal eingesetzt werden. Bereits vor einigen Tagen berichtete bereits Dave Meltzer, dass Lee aktuell Dark-Matches vor Raw und SmackDown bestreitet, um dort an einem neuen Gimmick und Kampfstil zu arbeiten. Zwar habe der ehemalige NXT-Champion laut Davis während dieser Matches starke Face-Reaktionen gezogen, jedoch plane Vince McMahon ihn zukünftig in der Rolle des Monster-Heals ein. Paige arbeitet an Comeback Während eines Twitch-Streams äußerte sich Paige zu einem möglichen In-Ring-Comeback. So sei sie überzeugt davon, noch einmal in den Ring steigen zu können und beginne aktuell für diesen zu trainieren. Jedoch wisse sie, dass es möglicherweise noch ein langer Weg sein wird. Mittlerweile sei sie zumindest mental bereit für ein Comeback. Erst vor wenigen Monaten äußerte sie sich noch unsicher über diesen Umstand. Ob das Comeback bei WWE geschehen wird, ließ sie noch offen. So gab sie an, dass ihr Vertrag beim Marktführer im kommenden Juni ausläuft. Aktuell wisse sie noch nicht, ob von Seiten der WWE-Interesse an einer Vertragsverlängerung besteht. Zusätzlich könnte auch ihr Twitch-Account ein Hindernis für eine Verlängerung darstellen. Im Anschluss an ihren Stream veröffentlichte sie ein Update über ihren körperlichen Zustand bei Twitter. Demnach sei sie mittlerweile wieder in der Lage zu trainieren und verspüre dabei keine Schmerzen im Nacken. Update zu Sasha Banks Informationen von Mike Johnson zufolge wird Sasha Banks auch für die anstehende Smackdown-Ausgabe ausfallen. Ein Grund für das Ausfallen von Banks ist weiterhin nicht bekannt. Jedoch soll sie, wenn alles nach Plan läuft, zur Smackdown-Ausgabe am 10. September zurückkehren.